Bereits vor einer Weile haben wir uns die 4Smarts Lucid Ultra Powerbank angesehen und ich war von dieser ein durchaus großer Fan. Allerdings hat 4Smarts jetzt eine kleinere und leichtere Version der Ultra auf die Marke gebracht, die Lucid Air. Wie du bereits sehen kannst, bietet die Lucid Air ein sehr, sehr ähnliches Design und auch eine sehr ähnliche Ausstattung, ist aber ein gutes Stück kleiner und kompakter, bietet aber weiterhin 26.800 mAh Kapazität und einen 65 Watt USB-C-Port. Wollen wir uns in diesem kleinen Video einfach mal ansehen, ob die Powerbank auch noch überzeugen kann. Starten wir zunächst mit den Basics. 4Smarts wirbt bei der Lucid Air mit einer Kapazität von 26.800 mAh. Damit ist das schon eine sehr große Powerbank, auch wenn sie natürlich etwas kleiner ist als die 40.000 mAh der Ultraversion. Und ich würde sagen, ja, die Größe geht in Ordnung. Wir haben hier einen sehr außergewöhnlichen Formfaktor. So misst die Powerbank 127 mal 75 mm mal 52 mm und bringt 623 Gramm auf die Waage. Das ist jetzt natürlich nicht winzig und auch nicht extrem leicht, aber im Anbetracht der Kapazität würde ich sagen, geht das schon in Ordnung. Dabei ist das Design, ja, ich würde sagen, fast schon etwas spektakulär. Es gibt wenige Powerbanks, die so gestaltet sind wie dieses Modell hier. Gerade dieser Tragegriff auf der Oberseite ist schon, ja, außergewöhnlich. Und an sich gefällt mir der Formfaktor ganz gut. Du kannst die Powerbank so gut in die Hand nehmen und auch so ein wenig transportieren. Dabei ist natürlich das durchsichtige Design auch, ja, schon ein kleiner Hingucker. Du kannst hier also die Elektronik durchaus ein Stück weit durch die Powerbank sehen, auch wenn die Akkuzellen weiterhin von so einem grauen Kunststoff verdeckt sind. Auf der Front der Powerbank finden wir zunächst zwei USB-C-Ports, welche bis zu 65 Watt nach dem klassischen USB-Power-Delivery-Standard liefern können, wie auch ein USB-A-Port mit 18 Watt und Quick Charge. Das ist erst einmal eine sehr, sehr gute Port-Ausstattung für alle möglichen Geräte. Ich habe beispielsweise diese Powerbank hier mit dem Apple MacBook Pro M1 ausprobiert, mit dem Apple iPhone, mit dem Dell XPS und so weiter und keine Probleme. 65 Watt ist hierbei auch in der Regel für die meisten Notebooks völlig ausreichend, für die meisten 13 Zoll Modelle sogar absolut ideal. Es kann größere Notebooks geben, die auch gerne mal bis zu 100 Watt ziehen, aber eine 65 Watt Powerbank reicht auch in der Regel, um große Notebooks zu laden. Schauen wir uns aber mal die Leistung ganz kurz an, denn ich habe hier einen kleinen USB-Power-Delivery-Trigger. Was tut der? Der kann auslesen, welche Leistungswerte sozusagen der USB-C-Port beziehungsweise die USB-C-Ports liefern können. Du kannst sehen, wir haben hier die üblichen Werte für einen 65 Watt USB-C-Port. In der Spitze haben wir hier bis zu 20 Volt, 3,25 Ampere. Wie du aber auch da unten sehen kannst, unterstützt diese Powerbank den PPS-Standard. Was ist PPS? PPS steht für Programmable Power Supply und ist eine Erweiterung des USB-Power-Delivery-Standards. Nicht jedes USB-Power-Delivery-Ladegerät oder Powerbank muss PPS unterstützen und auch nicht jedes Endgerät unterstützt PPS. Allerdings erlaubt PPS abseits dieser Stufen, du kannst ja hier sehen, die Powerbank kann 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt, 15 Volt und so weiter liefern, kann auch abseits dieser Stufen halt in einem Bereich, in diesem Fall jetzt hier 3,3 bis 21 Volt, eine beliebige Spannung ausgeben. Beispielsweise ein Smartphone sagt, zum optimal Laden brauche ich gerade 8 Volt. Dann kann diese Powerbank 8 Volt bei bis zu 3 Ampere ausgeben. Das hier ist nur wichtig für beispielsweise Smartphones wie das Samsung Galaxy S23 und so weiter, welche tatsächlich PPS für Schnellladen benötigen. Diese Powerbank kann Samsung-Smartphones mit bis zu 25 Watt schnell laden. Hätte sie kein PPS, wären maximal 14 Watt möglich, obwohl die USB-C-Pods prinzipiell bis zu 65 Watt liefern könnten. Ebenfalls auf der Front der Powerbank finden wir ein kleines LCD-Display. Und dieses ist tatsächlich eine große Besonderheit, denn das haben nicht viele Powerbanks. Dieses Display zeigt ja nicht nur den aktuellen Ladestand in Prozent an, sondern auch Leistungswerte. Beispielsweise wie viel Leistung gerade aus der Powerbank beziehungsweise in die Powerbank geht. Du kannst sehen, ich habe jetzt hier die Powerbank an das Apple MacBook Pro angeschlossen und in diesem Moment wird das MacBook gerade mit so circa 38 Watt geladen. Das ist super, diese Information. Warum ist das so toll, dass du hier sehen kannst, welche Leistungswerte wir haben? Wenn du irgendwelche Probleme hast, stell dir vor, dein Smartphone möchte nicht angehen und du hast keine Ahnung, geht es nicht an, weil es nicht geladen ist, geht es nicht an, weil es kaputt ist, dann schließt es hier dran an und kannst sehen, okay, wird es geladen, wird es nicht geladen. Bei einer anderen Powerbank, ja, müsstest du da Rätsel raten oder warten, ob irgendwann die Prozentangabe runtergeht oder irgendwie sowas. Nein, hier kannst du sofort sehen, okay, wie schnell wird es geladen? Hast du irgendwelche Ladekabel, wo du dir nicht sicher bist, wie gut die sind? Kannst du die einfach ausprobieren und sehen, ja, wie unterschiedlich sind die Werte und entsprechend kannst du dann halt Ladekabel aussuchen, die optimal sind. Also von daher, ich bin ein großer Fan von diesem Display. Zumal es ja auch noch andere interessante Informationen anzeigt, beispielsweise, wie ist die aktuelle Temperatur des Controllers und der Akkuzellen? Wo wir schon bei Temperatur sind. Dies ist leider mein größter Kritikpunkt an dieser Powerbank. Ich sage schon mal soweit, ich mag diese Powerbank, aber hier hat sie leider eine kleine Schwäche. Ich benutze für meine Tests in der Regel halt vor allen Dingen für die Kapazitättests eine sogenannte elektronische Last. Das hier ist im Grunde genommen ein verstellbarer Widerstand, der die Powerbank halt in einem von mir gewählten Tempo entlädt. Beispielsweise, ich kann jetzt hier einschalten, okay, entlade sie bei 20 Volt 1,1 Ampere. Du kannst sehen, wird jetzt bei 20 Volt 1,1 Ampere entladen. Soweit, so gut. Hiermit kann ich auch die Powerbank konstant mit einer höheren Last belasten. Also beispielsweise 3,25 Ampere. Ja, was das Maximum dieser Powerbank ist. Allerdings musste ich hierbei feststellen, dass die Powerbank leider überhitzen kann. Das hat mich auch etwas überrascht, denn es ist nicht ungewöhnlich, dass Powerbanks überhitzen können und sich dann halt entsprechend abschalten. Also die Powerbank geht dann nicht einfach kaputt, sondern schaltet sich ab wegen Übertemperatur. Eigentlich ein Feature, das soweit ich es mal wünschenswert ist. Allerdings bei 65 Watt Powerbanks, ich nenne es mal vorsichtig gesagt, ungewöhnlich ist. Also ich glaube, mir ist keine andere 65 Watt Powerbank bekannt, die dieses Verhalten zeigt. Bei 100 Watt Powerbanks sehe ich das ab und zu mal, also sogar des Öfteren, dass diese halt bei konstant 100 Watt Last überhitzen und sich dann halt abschalten. Allerdings bei 65 Watt Powerbanks, ja, ist das bisher leider eine einmalige Ehre für die Lucid Air. Ja, wann hat sie sich abgeschaltet? Bei angeblich laut dem Display 84 Grad des Controllers, was so circa, ja, war noch 30% Restladung in der Powerbank zu diesem Zeitpunkt. Also circa nach 70% entladener Kapazität bei Volllast. Ist das in der Praxis ein Problem? Ist das in der Praxis ein Drama? Kommst du ein bisschen auf deinen Anwendungsfall an, ist es natürlich ein bisschen ungünstig, wenn du jetzt planst, diese Powerbank halt für große Notebooks zu verwenden, weil die könnten halt tatsächlich ziemlich konstant 60 Watt ziehen. Bei kleineren Notebooks ist es kein Problem und ist halt immer so eine Sache. Die Powerbank hat dann 10 Minuten abgekühlt und danach konntest du sie wieder weiter halt mit 60 beziehungsweise 65 Watt entladen. Musst du jetzt wissen, inwieweit dich das einschränkt oder inwieweit es dich stören würde, wenn die Powerbank sich halt bei, ich nenne es mal, konstanter Volllast halt irgendwann so bei 30% Restladung abschalten würde. Die Kapazität der Powerbank ist ein absolutes Highlight. So bietet diese laut Hersteller 26.800 mAh, was so, ich nenne es mal, das gängige Maximum bei, ich nenne es mal, normalen Powerbanks ist. Das liegt daran, dass diese Kapazität circa 100 Wattstunden entspricht und 100 Wattstunden ist das Maximum, was du mit an Flugzeugen nehmen darfst, ohne Sondergedebingung. Deswegen bleiben die meisten Hersteller bei 26.800 mAh, ich nenne es mal, stehen bei ihren großen Powerbanks, auch wenn es natürlich vereinzelte Modelle, wie hier beispielsweise die Ultra gibt, die halt auch mehr Kapazität bieten. Dennoch 26.800 mAh, das ist nicht wenig auf dem Papier. Die meisten Powerbanks kommen allerdings in der Praxis nicht ansatzweise auf solche Zahlen, denn die Herstellangabe bezieht sich nicht auf die effektiv nutzbare Kapazität, sondern auf die Kapazität der im Inneren verbauten, ja, hier kann man sie leider nicht sehen, aber bei der Powerbank kann man sie sehen, der Akkuzellen. So sind halt in der Regel in solchen Powerbanks halt entsprechend die Kapazität in Akkuzellen verbaut, aber beim Entladen geht halt etwas Energie in Form von Wärme oder, ich nenne es mal, anderen Verlustleistungen verloren durch interne Wandlungsprozesse. Allerdings, diese Powerbank hier kam auf fantastische Kapazitätswerte. Im besten Fall kam ich auf 26.318 mAh. Das sind satte 98% der Herstellangabe. Das ist ein absoluter Spitzenwert. Ich glaube, das ist der beste Wert, den ich bei einer Powerbank ja in den letzten Jahren gemessen habe. Und selbst im absolut schlechtesten Fall kamen wir hier immer noch auf 24.163 mAh, was 90% der Herstellerangabe ist. Weltklasse, also wirklich, das ist hervorragend. Und das zeigt mir, der Hersteller hat hier größere Akkuzellen verbaut. Diese Powerbank hat nicht 26.800 mAh. Wenn sie das hätte, kämen wir nicht auf solche Werte. Dann wäre die Verlustleistung, ja. Also das kann mir der Hersteller nicht erzählen. Ich vermute, hier hat man größere Akkuzellen verbaut und sie ein bisschen, ich nenne es mal, runtergeratet, sodass wir halt effektiv tatsächlich fast auf die volle Kapazität kommen, mit der der Hersteller wirbt. Super. Also das kenne ich von anderen Powerbanks so, ja, ich würde fast sagen, gar nicht. Wenn die Powerbank leer ist, kannst du diese mit bis zu 60 bzw. 65 Watt laden an einem entsprechenden USB-Power-Delivery-Ladegerät, das halt 60 Watt oder mehr bietet. Du kannst diese Powerbank natürlich auch an einem 140 Watt USB-C-Ladegerät laden. Bringt dir nur nicht mehr, als wenn du ein 60 Watt Ladegerät verwenden würdest. An einem entsprechenden USB-Power-Delivery-Ladegerät kann die Powerbank von 0 auf 100 in 3 Stunden und 13 Minuten gebracht werden. Das ist jetzt nicht rasant schnell, aber es ist durchaus, ich würde sagen, flott, gerade im Anbetracht der hohen, ich nenne es mal, echten Kapazität dieser Powerbank. Natürlich kannst du die Powerbank auch weiterhin, ich nenne es mal, an kleineren Ladegeräten laden. Also du könntest diese hier auch an einem 20 Watt USB-Power-Delivery-Ladegerät laden, dann würde sie halt mit 20 Watt laden. Du könntest sie sogar noch über ein USB-A auf USB-C-Kabel laden, an einem normalen 5 Volt Ladegerät. Allerdings, naja, erhöht das die Ladezeit massiv. Beispielsweise an einer klassischen, ich sage mal, 5 Volt Ladequelle, dauerte hier bei mir im Test das Laden dieser Powerbank 17 Stunden. Also du willst im besten Fall schon ein USB-Power-Delivery-Ladegerät mit etwas mehr Leistung verwenden. Ein für mich mittlerweile immer sehr, sehr spannender Punkt ist die Ladeeffizienz. Also, wie viel Energie benötigt die Powerbank, um von 0 auf 100 geladen zu werden, im Vergleich zur Energie, die ich später halt nutzen kann. Eine bessere Effizienz ist natürlich, ja, immer gut, gerade bei den aktuell hohen Strompreisen. Diese Powerbank benötigte für eine 0 auf 100 Ladung an einem USB-Power-Delivery-Ladegerät ca. 124,5 Wattstunden und an einem USB-A-Ladegerät 126,89 Wattstunden. Das ergibt eine Effizienz im besten Fall von 78% und im schlechtesten Fall von 70%. Das sind jetzt keine absoluten Top-Werte, ist aber auch nicht miserabel. Das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, im Mittelfeld. Eine Besonderheit, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist diese kleine, ja, ich nenne es mal Gummiklappe hier oben und was sie zu bedeuten hat. Laut Hersteller ist diese Powerbank IP67 zertifiziert, also wassergeschützt. IP67 bedeutet, die Powerbank könnte theoretisch sogar einen Meter untertauchen. Das ist mutig, nenne ich es mal, denn ich vermute, dass die Ports hier nicht intern versiegelt sind, sondern sie, ja, müssen sich auf diese kleine Gummiklappe hier auf der Oberseite verlassen, dass die, ja, die Anschlüsse, ich nenne es mal, entsprechend schützt. Allerdings, ja, ich traue dieser Klappe, um ehrlich zu sein, eher so semi, nenne ich es mal vorsichtig gesagt. Es ist nett, dass es vorhanden ist und, ja, wenn du die Powerbank jetzt weißt, was sich auf eine nasse Wiese schmeißt oder, keine Ahnung, du hast sie im Rucksack beim Regen, ist das natürlich besser als nichts. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich den Wasserschutz auch eher, ja, nicht zu sehr vertrauen, nenne ich es mal. Kommen wir damit zum Fazit. Was halte ich von der 4Smart Lucid Air? Ich mag die Powerbank. Das hier ist ein, ich nenne es mal, außergewöhnliches Modell. Diese Powerbank hebt sich ein gutes Stück von den 0815 Powerbanks ab und das ist für mich immer, ja, schon ein kleiner Gewinn. Die Powerbank ist halt super interessant. Wir haben das spannende Display, welches wirklich auch hilfreich ist. Wenn du irgendwelche Probleme hast oder ein Ladekabel nicht richtig funktioniert oder ähnliches, ja, ist es einfach praktisch, genau zu sehen, okay, wie viel Leistung geht gerade aus der Powerbank beziehungsweise in die Powerbank. Die 65 Watt USB-C-Ports sind leistungsstark genug, um, ja, Smartphones ohne Probleme zu laden, kleinere Notebooks, mittelgroße Notebooks und ist sogar für größere Notebooks durchaus geeignet. Spielekonsolen, Nintendo Switch, Steam Deck und so weiter. Absolut passend. Zumal das größte Highlight dieser Powerbank die Kapazität ist. Im Test hier kamen wir auf 98 Prozent der Herstellerangabe. Ein absoluter Spitzenwert, den ich bisher, ja, bei noch keiner anderen Powerbank so gesehen habe. 98 Prozent, das ist, ja, ist ziemlich perfekt. Einzige kleine Nachteile, den ich an dieser Powerbank entdecken konnte, war halt die Temperaturprobleme. Das ist ungewöhnlich für eine 65 Watt Powerbank, dass wir hier, ja, überhitzen können. Allerdings, ja, ist es ein Drama. Ich weiß es nicht. Also es ist so ein kleiner, kleiner Schönheitsfehler, dass wir hier bei konstanter Volllast nach circa 70 Prozent Kapazität in eine Temperaturabschaltung laufen können. Klar, logisch, nach 10, 15 Minuten beginnt die Powerbank wieder zu funktionieren und du kannst sie halt vollkommen weiter nutzen. Aber das ist halt der einzige kleine Schönheitsfehler. Ansonsten ist das hier eine super Powerbank. An dieser Stelle auch einmal ganz kurz einen vielen Dank an den Hersteller Fosmarts, welche mir diese Powerbank für diesen Test zur Verfügung gestellt haben. Genau genommen für einen Test auf techtest.org. Dieses Video hier mache ich, ja, ich nenne es mal völlig optional und einfach aus Lust und Laune heraus. Und natürlich, der Hersteller hat mir hierfür nichts bezahlt und hatte auch im Vorhinein keinen Einblick, wie das Testfazit aussieht. Und ich hoffe auch, dir konnte dieser Test etwas weiterhelfen. Ich versuche mich halt bei Powerbank-Tests so ein wenig, ja, ich nenne es mal, auf Zahlen, Daten, Fakten zu konzentrieren und, ja, diese möglichst neutral wiederzugeben. Daher vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ja, das Video hat dir irgendwie gefallen und weitergeholfen.